Wollen wir nur Kerze spielen? Ne, einfach, okay. Alter! Ja, jetzt... Kann das sein? Warum lag das grad schon wieder so? Die Map? Warte, das lädt, warte, das lädt grad alles. Texturen, Texturen. Ja, siehst du, jetzt gehts langsam wieder, warte. Willst du mit Kerze? Ja, jetzt gehts. Willst du mit Kerze? Ist einfach eingestellt, bringt nichts, alles gut, scheiß drauf. Leider, leider nicht, ich hab nicht einfach eingestellt. Ja, okay, dann... Wie hast du eingestellt, schwer? Auf Mittel, dass wir schneller spielen. Ja, kriegen wir trotzdem hin. Nimm eine Kerze mit. Wir nehmen... Äh, Box, er redet die Box. Er redet da allein? Ja, nein, nein. Zusammen. Sucht du ihn, ich mach reden mit dem. Mir ist aufgefallen, Yassin will immer mit den Geistern reden. Aber die... Weißt du, was geil ist? Türkisch, türkisch, er kann türkisch. Richtig gut. Der türkische Hersteller von dem Spiel, das haben Türken gemacht, das Spiel. Wenn ich die beleidige, auf türkisch, der rastet aus. Der rastet aus, Marvin, auf türkisch, komplett. Angeblich haben es Russen gemacht, aber das glaube ich gar nicht. Heiße! Heiße! Haben doch jemand was geschnitten. Aus, aus, also hier. Alter, warum leckten das so eklig bei mir? Hab ich hab was gehört. Ich würde auch in Willeff mit Geistern reden und seine Mutter ficken. Schatz, warum leckt es so bei mir? Ja. Du musst mit Grafik vielleicht ein bisschen runtergehen. Ja, aber ich hab das hier. Das bringt nichts. Das Spiel hat einfach einen Bug. Das fixen die gerade. Die machen irgendwie an Grafik irgendwas. Bei meinem PC juckt das halt nicht. Keine Ahnung. Aber bei ihr ist schon übel. Bei manchen Maps, ne? Bei dem Map? Was haben die mit der Map denn gemacht? Bei der Map und bei der Farmhouse-Map. Weißt du, was sie versuchen? Ich glaub, die würden das... Ich kann's so nicht spielen schaffen. Wollen wir raus? Wollen wir Übertragung aus? Wollen wir Übertragung aus? Jetzt geht's? Das hat mit Übertragung nichts zu tun. Jetzt geht's wieder. Er lädt die Maps. Du musst mal überall hinlaufen einfach. Damit, dass er alle Texturen lädt, glaub ich. Ja, ja. Ich glaub auch. Alter, das ist behindert. Ja, man. Das geht schon, aber er lädt das. Alter. Ja, ja. Der ist nicht hier, der ist nicht hier. Der ist nicht hier. Der ist nicht hier. Ich hab's ihm beleidigt. Der ist so... Achtung, jetzt wird's wieder leer. Warum? Die haben das entfernt mit dem Geist zu reden. Mit Give him a ball und so. Diese crazy... Warum die Tür zu? Der hat die Tür zugemacht. Echt? Diese hier, dieße... Hier ist so. Warte EMF 2. EMF 2. EMF 2. Das ist hier. Der hat nur keine EMF zu viel. Duablest hier. Das ist super, weil ich so lecker, Alter. Ich wollte nur Marvin zeigen. Auf türkisch, ganz gefährlich, Bruder. Auf türkisch, Bro. Ich geh raus. Weißt du was geiles, Marvin? Es gibt hier einen Geist, ne? Wenn das der ist, der verliebt sich in dich. Er greift nur die anderen an, ich lass dir leben. Hä? Ja. Hä, voll witzig. Aber wie kann es sein, wenn du tot bist, dass die Map gar nicht mehr leckt? Hä? Wir zeigen dir jetzt unsere Lieblingsmap, Digga. Krankenhaus. Die leckt wenigstens nicht. Die spielt, glaub ich, sogar in Russland.